Ihr wollt wissen, was diese Woche im Web3, Krypto, Meta und NFT Space wichtig war, was Porsche, Yuga Labs oder auch Asuki damit zu tun hat? Dann verpasst dieses Video nicht. Viel Spaß, los geht's! Damit hallo und herzlich willkommen zum allerneuesten Video von AllInNFT. Ja, es ist wieder soweit, eine weitere Woche liegt hinter uns und somit starten wir mit unserem Wochen-News-Format. Ein Rückblick, was ist letzte Woche passiert? Was hatte der AllInNFT-Podcast für euch parat? Was hatte diese Woche für euch parat? Und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal visuell an, damit auch alle, die den Podcast nicht verfolgt haben bzw. möglicherweise auch das eine oder andere verpasst haben oder sich einfach nochmal neu daran erinnern möchten, was diese Woche so passiert ist. Wir starten mit Asuki, denn Asuki hat ihr Einjähriges gefeiert bzw. sie haben ihr Einjähriges gefeiert und im Rahmen dessen haben sie ihr eigenes Ökosystem Hilumia präsentiert. Hilumia, die virtuelle Welt von Asuki und ich habe das Ganze für euch mal hier offen und wir schauen uns mal Hilumia an bzw. wenn ihr jetzt hier einen NFT hättet, also ihr könnt ihr beispielsweise, ihr seht es hier mit der Musik jetzt im Hintergrund, als Sporten, also im Fitnesscenter könnt ihr hier betreten. Ihr seht dann hier, wenn ihr auf das jeweilige Land drauf geht, was für Voraussetzungen ihr erfüllen müsst. Auf jeden Fall Hilumia, das neue Ökosystem, der Staat von Asuki, die sich bisher ja nicht ganz so wohl gefühlt haben ohne Heimat. Auf jeden Fall eine coole Nachricht, wenn ihr mich fragt und ja, wir machen dann jetzt würde ich sagen erstmal das hier weg und weiter mit der nächsten News. Justin Sun hat sich mehrere NFTs bzw. mehrere Arts von Künstlern zugelegt, unter anderem von Bipel, Murat Pak oder auch einen Picasso und dementsprechend will er jetzt diese Bilder als NFTs rausbringen, was natürlich für eine riesen Aufmerksamkeit sorgte bzw. gesorgt hat. Denn viele von uns wissen ja, für was das Bipel Bild damals erstmalig über die Ladentheke gegangen ist und das Ganze hatte ja eigentlich das erste Mal NFTs so richtig in den Mainstream gebracht und dementsprechend Justin Sun ist ja sowieso eine Person, der Throngründer, der ja sehr umstritten ist und das Ganze hatte natürlich deswegen auch weitere Auswirkungen. Aber mal schauen, was wir hier in Zukunft von Justin Sun bzw. seinem NFT-Art-Projekt sehen können. Dann kommen wir zu einer weiteren News, die Instagram bzw. auch Polygon da betrifft, denn viele Künstler wie jetzt zum Beispiel Mika Johnson mit seiner Akkutar-Reihe haben jetzt Instagram für sich gefunden und ihre NFTs dort erstellt und präsentiert und verkauft und unter anderem bei Mika Johnson war es so mit seiner Akku Dreams, die war innerhalb von 11 Sekunden auf Instagram ausverkauft. Also wir sehen Polygon, Instagram, das scheint ein gutes Match zu sein und ich denke, wir können dieses Jahr jetzt in 2023 auf jeden Fall hier noch einiges von Polygon erwarten. Was wir ebenfalls erwarten können, das Ganze wurde erstmal gelöscht, ist ein Announcement von Gala Games, denn diese haben verkündet, dass sie mit The Rock und Mark Wahlberg zusammenarbeiten, um ein NFT-Projekt mit diesen beiden zu starten. Aber Gala Games hat das Ganze wieder entnommen bzw. den Tweet entfernt. Es sollte angeblich erstmal nur in der Discord-Community besprochen werden bzw. gezeigt werden, wohin geht die Reise. Sie haben es gelöscht, natürlich sorgte das auch für den Token, einen ordentlichen Push. Sie haben sich danach geäußert, das Ganze sollte jetzt nicht zum Push der Währung gelten. Naja, ob man das jetzt glauben mag oder nicht, aber es scheint so, Gala Games plant was mit The Rock und Mark Wahlberg, wird denke ich mal eine coole Sache werden. Vor allem als The Rock-Fan jetzt in meiner Person wird das Ganze auf jeden Fall ganz cool zu verfolgen sein. Was ebenfalls cool zu verfolgen ist und jetzt startet ja auch das chinesische Neujahr und im Rahmen dessen hat sich McDonalds mit Caring X Jang eine Unternehmerin, aber auch Creatorin im Artwork zusammengetan. Diese wollen jetzt ein Metaverse oder haben ein Metaverse erstellt. Ich habe mir das Ganze hier bei McDonalds schon mal angeschaut. Wir können uns hier einmal den Trailer dazu anschauen. Das Ganze soll wie gesagt jetzt digital gefeiert werden in der Kooperation zusammen und so kann man halt das Erlebnis bei McDonalds, in diesem Fall das chinesische Neujahr erleben. Auf jeden Fall eine sehr innovative Sache, wenn ihr mich fragt und eine coole Sache. Ihr könnt euch dann auch hier, Erkunde das Metaverse, dann halt auch vom 25. Januar an bis Anfang Februar dann euch das Ganze anschauen. Ihr seht es hier, ich habe das schon mal so ausprobiert. Ihr könnt dann euren Avatar hier erstellen und könnt dann im Metaverse von McDonalds zum chinesischen Neujahr euch betreten und danach verschiedene Spiele und Aufgaben machen. Dann kommen wir zur Super Rare. Die haben jetzt ihren zweiten Airdrop für die Genesis Pass heute rausgehauen. Das Ganze ist jetzt von dem Künstler Cody. Da gibt es ja viele, viele Airdrops, die jetzt im Rahmen des Genesis Pass rauskommen und wir haben mittlerweile in unserer Community auch den oder die ein oder andere, die mittlerweile diesen Genesis Pass hat, wo jetzt unter anderem die ganzen Künstler, wie jetzt zum Beispiel Xcopy hier dabei sind, wo jetzt nach und nach die Airdrops von einem One-of-One-NFT rausgeworfen werden. Definitiv eine coole Sache. Denke ich mal, werden wir auch in der Community weiter geupdatet werden. Dann schauen wir uns das nächste an und es betrifft MetaMars, denn viele von uns wissen oder einige wissen, dass die Ethereum Staking Funktion aktuell noch so ist, bis das neue Shanghai Upgrade kommt, dass die Ethereum Token nicht herausgezogen werden können aus dem liquiden Pool, aber durch die Integration jetzt mit Lido und dem Rocket Pool umgeht MetaMars das Ganze, sodass ihr jetzt hier Zinsen, also ein passives Einkommen von 4 bis um die 5% bekommt, wenn ihr über diese Anbieter eure Ethereum in MetaMars Stake. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ich denke, da wird es auch in Zukunft weiteres geben, was Kryptowährung Staking betrifft oder auch Landing. Dazu gerne auch nochmal meinen Podcast von AllinNFT anhören. Da habe ich das ja diese Woche auch mal erklärt, den Unterschied von Staking und Landing. Dann schauen wir uns auf jeden Fall noch weitere Sachen an. die Polygon betreffen, denn die haben jetzt ja ihr Shanghai, nicht Shanghai, Shanghai war Ethereum, ihr Daily Upgrade erfolgreich abgeschlossen. Das Ganze hatte aber jetzt groß keine Auswirkungen. Es war auch einfach so, dass man in dem Fall groß nichts machen musste als aktiver Benutzer von Polygon. Aber auf jeden Fall hat es jetzt dafür gesorgt, dass die Gas Fees von Matic in dem Fall dann halt in Zukunft auch geringer werden. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ich denke vom Polygon, wenn wir in 23 auf jeden Fall noch einiges sehen. Dann kommen wir zu einem Projekt, das diese Woche auf OpenSea für ziemlich viel Wirbel, aber auch außerhalb von OpenSea gesorgt hat. A Kid Called A Beast. Das NFT Projekt wird natürlich jetzt zu groß, um das hier im Rahmen des Videos vorzustellen. Aber es hat auf jeden Fall einmal Auswirkungen auf OpenSea gehabt, beziehungsweise ihr seht das Volumen, kommen wir später noch mal drauf zu, ist auf jeden Fall in den Top 5 jetzt in der Woche gewesen. Der Floorpreis relativ stabil bei wie gesagt hier insgesamt 7.325 NFTs. Es ging so ein bisschen um ein kleines Marketing. Ihr habt ja hier einmal das Team, was ich euch einmal vorstelle und dieser Ref, dieser Marketing-Experte beziehungsweise der Zuständige für das Marketing hier, hat angeblich, beziehungsweise es gab angeblich über 20.000 auf der Allow-List. So viele NFTs gab es natürlich nicht und hat dann das Ganze einfach gecuttet, ob das ein Marketing-Move war oder ob es angeblich Bots gewesen sind, die auf dieser Allow-List entfernt wurden. Mag man aktuell Gerüchten das eine glauben oder das andere. Mal schauen, wie es da um das NFT-Projekt in Zukunft weitergeht. Auf jeden Fall war das natürlich unter anderem der Grund, warum dieses NFT-Projekt vor allem in dieser Woche sehr, sehr große Auswirkungen hatte. Kommen wir zu einer weiteren Nachricht, die Binance-Kaste, die betrifft, also von Binance und sie haben jetzt das Produkt Binance Mirror rausgebracht. Kann man jetzt so ähnlich sehen, das kommt immer mehr, dass ihr jetzt gar nicht mehr die Vermögenswerte ja direkt mit der Exchange verbinden müsst, sondern das Ganze über eine Code-Wallet von Binance läuft, sodass hier vor allem institutionelle Anleger die Möglichkeit haben, dass nicht direkt auf ihre digitalen Vermögenswerte zugegriffen werden, sondern das Ganze jetzt über diesen sogenannten Binance Mirror, also über den Spiegel halt läuft von den Vermögenswerten. Eine coole Sache gibt es auch mit den NFTs mittlerweile. Das eine oder andere haben wir uns ja auch am Freitag auf Twitch zusammen angeschaut bezüglich dieser Funktion bei NFTs. Dann schauen wir uns die nächste News an, die natürlich nicht so positiv, sondern eher wieder negativ ist. Und das betrifft die Mika-Verordnung, die erneut verschoben wurde, also der Abschluss dieser Mika-Verordnung im Europäischen Parlament. Hier gab es wohl wieder, wie auch vergangenes Jahr, Übersetzungsprobleme bei der Verordnung und dementsprechend soll sich das Ganze jetzt bis April erstmal verzögern. Ob es natürlich April bleibt oder wieder verschoben wird, ist natürlich die andere Sache. Ich würde sagen, ja, mal schauen, ob es in Europa dieses Jahr noch zu der Mika-Verordnung kommt oder ob wir uns ja auf April 2024 schon einstellen können. Dann kommen wir zu einer News, die N26 betrifft und zwar ermöglicht diese jetzt auch in Deutschland den Kauf von Kryptowährungen. Zunächst war das ja nur in Österreich verfügbar, aber jetzt gibt es mittlerweile auch Deutschland und weitere Länder, wo ihr Kryptowährungen über das Berliner Startup kaufen könnt. Eine coole Sache, wenn ihr mich fragt, nachdem wir ja auch letztes Jahr vor allem mit der Nuri-Bank leider schlechte News hatten nach der Insolvenz. Eine coole Sache, dass wir jetzt hier auch mal wieder News aus Deutschland bzw. deutschsprachigen Raum haben, vor allem, weil natürlich auch die Partnerschaft mit Bitpanda hier gewährleistet ist. Dann kommen wir zu einer News, die diese Woche ja eigentlich die ganzen Space, NFT-Space bestimmt hat und das ganze Spektakel rund um Yuga Labs, die Story um Jimmy the Monkey und jetzt das Dookie Dash Game mit dem Syrup Pass von Yuga bzw. dem Board Ape Yacht Club. Gemintet wurde das Ganze jetzt am 18. Da gab es auch einige Sachen. Erst hieß es, es wird verzögert, dann ging es in einer Stunde doch los und jetzt ist das Spiel am Start und hat halt wirklich viele, viele Leute mittlerweile auch von Fortnite, aber auch Profi-Gamer reingebracht, die jetzt das Ganze spielen. Und ja, ihr seht es, der Seward Pass. Wir schauen auch gleich am Ende nochmal auf OpenSea, auf Platz 1. Ihr seht, das Volumen nimmt immer mehr zu. Wir sind schon fast bei 15.000 Ethereum angekommen. Das sind über 25 Millionen, die jetzt hier schon eingenommen worden sind. Absoluter Wahnsinn und der Floorpreis bei 1,8 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Dann kommen wir zur nächsten News und die betrifft Free Errors Capital. Ja, die gibt es noch, aber es soll eine neue Funktion bzw. ein neues Unternehmen aufgemacht werden. Und das Ganze soll sich dann GTX nennen, ein neuer Anlauf. Und es soll eine Kryptobörse bzw. eine Art Kryptounternehmen werden, die sich darauf spezialisiert. Auch wenn es ironisch an dieser Sache klingt, weil Free Errors Capital das ja selber eigentlich nicht geschafft hat. Will auf jeden Fall jetzt dann Insolvente oder bedrohliche Unternehmen, Kryptounternehmen dann auffangen, sodass dann hier die Anleger nicht auf ihre Vermögenswerte sitzen bleiben, falls es zu Insolvenzen oder sowas kommt. Eine crazy Geschichte, wenn ihr mich fragt, aber es soll wohl schon 25 Millionen aufgebracht worden sein, um das Ganze zu starten. Mal schauen, wohin das auf jeden Fall geht. Ihr seht es hier, es gibt auch einige, die sich natürlich jetzt schon mutmaßen. Woher kommt das Geld? Müsste man nicht hier bei Free Errors Capital erstmal noch die ganzen finanziellen Mittel abzweigen? Ja, eine verrückte Geschichte. Es geht auf jeden Fall weiter. Kein Tag vergeht ohne neue News. Eine News, die aus Singapur kommt, ist ein neuer virtueller Handschuh, der wirklich über die Fingerkuppen aktiviert wird bzw. das Fühlen zu 99,9% realitätsnah nachahmen soll. Das Ganze ist jetzt noch in der Entwicklung bzw. die Entwicklung ist wohl schon fast abgeschlossen. In Produktion soll das Ganze aber wohl erst in den nächsten Jahren gehen. Ich denke, auch hier werden wir Oculus Brillen, Virtual Reality Brillen, jetzt der Handschuh in den nächsten Jahren oder vielleicht schon dieses Jahr auf jeden Fall noch das eine oder andere sehen, was sehr innovativ sein wird. Dann gibt es eine innovative News von Yves Saint Laurent, der Modo-Luxus-Marke. Und zwar haben die Patentanmeldungen in Bezug auf NFTs Metaverse angemeldet. Ihr seht es hier, wer soll es auch anders sein? Michael Condudis. Michael Condudis. Wenn ihr das immer bei mir im Podcast hört, wisst ihr Bescheid. Hier gibt es wieder neue Markenanmeldungen in Bezug auf Metaverse Web 3. So ist es hier um digitale Stores, NFTs in Bezug auf Gesundheitsartikel, Bodycares und was man so in Verbindung mit Yves Saint Laurent bringt. Eine weitere News, die kommt zum Ende der Woche sehr negativ, wo man erst dachte, boah, wenn das kommt, Kryptowährungen brechen wieder ein, kommen wir nämlich gleich zu. Und zwar, ja, es ist soweit, Genesis meldet Insolvenz an und damit wäre es jetzt nach FTX das große Nächste von der Digital Currency Group, wo wir sagen müssen, das war es. 30% der Mitarbeiter sind wohl schon entlassen worden. Und hier gibt es, wie gesagt, dieses Insolvenzverfahren nach Chapter 11, was wohl beantragt wurde. Insgesamt sollen es wohl noch 150 Millionen Dollar sein, die an liquiden Mitteln da sind, zu weiteren Finanzierungen und Restrukturierungen des Betriebs. Aber es scheint wohl so, dass hier die Insolvenz wohl droht bzw. angemeldet wurde. Bevor wir auf die Kryptowährungen kommen, bzw. ich würde sagen, wir springen erstmal zu den Kryptowährungen, um zu schauen, hatte das Auswirkungen oder nicht. Ihr seht es hier, nein, hat es nicht. Der Bitcoin ist wirklich wieder um 10% gestiegen. Wir sind hier bei 21.000 Euro. Ihr seht, was jetzt hier an dem letzten Tag noch gegangen ist. Ja, wir haben die Podcast News. Also wer den Podcast nicht kennt von All in NFT, von mir, gerne mal in den Shownotes abchecken. Da gibt es montags bis freitags die täglichen News. Wir sind in das Wochenende gegangen, auch mit diesen 19.700 Euro, nachdem wir in der Woche die 20.000 Euro Marke geknackt haben. Und gestern kam erneut der Break-Even, Breakdown auf über 21.000 Euro mittlerweile. Das ist wirklich Wahnsinn, wo wir uns hier mit den Kryptowährungen hinbewegen seit Beginn des Jahres. Auch bei Ethereum haben wir wieder jetzt die 1.500 Euro Marke geknackt, nachdem wir ja gerade zu Beginn, Mitte der Woche, die 1.400 Euro erstmal geknackt haben. Also ihr seht, es geht bergauf mit Krypto. Mit NFTs will ich eigentlich gar nicht sagen, weil NFTs, will ich gar nicht sagen, dass wir da im Kryptowinter sind. Weil der Use Case, der wird nicht untergehen, sondern der wird immer mehr kommen. Und so sehen wir es jetzt auch hier mit Porsche. Porsche ist dabei, mint date 23. Januar. Es gibt jetzt viele Sachen, die dazu in der Woche und auch jetzt noch in heute und gestern Announcements sind. Angefangen mit dem Mint-Preis, der jetzt 0,911 Eves, also aus der Historie von Porsche bekannt gegeben wurde. Es wird 7.500 NFTs geben. Das war ja schon vorher bekannt, aber der Mint-Preis ist relativ neu, frisch, der jetzt bekannt geworden ist. Auch die Roadmap seht ihr hier, Airdrops und jetzt auch, was hier ganz neu ist, vor einer Stunde eine Utility, die wir nicht Utility nennen, wartet auf die Holder. Ob das für alle ist, keine Ahnung. Es ist wenig bekannt, wenn ihr mich fragt dazu. Das ist meine eigene Meinung. Das sind meine eigenen Gedanken. Es ist auch keine Finanz- oder Anlageberatung hier, ihr wisst es. Aber für mich ein stolzer Preis, ein Statement von Porsche, dass sie weiterhin auf die Kunden, auf die Gesellschaft bleiben, was ja für mich jetzt nicht vorwurfsvoll ist. Aber ich dachte wirklich, mit diesem Web3-NFT-Einstieg macht Porsche sich Community-freundlicher, stellt sich breiter auf. Das ist für mich aber jetzt ein Statement in die andere Richtung. Und ja, mal schauen, was dazu kommt. Für die Community jetzt im deutschsprachigen Raum, aber auch international lese ich sehr, sehr viel negative Resonanz. Mal schauen, wie es hier dann nächste Woche am 23. aussieht, wenn es losgeht. Also, wollt ihr das nicht verpassen, gerne hier ein Abo da lassen, gerne ein Follow. Würde zum einen mich unterstützen, ist kostenlos an der Stelle und wie gesagt, gerne den Podcast abchecken. Montags bis Freitags werdet hier wirklich ab 4 Uhr morgens geupdatet mit dem Wichtigsten, wie wir es jetzt hier im Nachhinein auch eingehen, tagtäglich. Ansonsten kommen wir dann noch abschließend zu den NFT-Floorpreisen, beziehungsweise schauen uns die letzten 7 Tage an. Der Seward Pass, mittlerweile eben erwähnt, 15k an Ethereum an Umsatz auf dem Sekundärmarkt OpenSea. Die Mutant Apes hier auch, also die Yuga Labs Projekte bestimmen das Ganze und wie eben genannt, A Kid Called Beast auf Platz 4. Die eben genannte News auch weit oben. Damit war es das mit dem Wochenrückblick. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich brauche es dann nicht nochmal erwähnen, was ich eben gesagt hatte. Gerne ein Follow da lassen, gerne einmal liken, gerne kommentieren. Was gefällt euch, was wollt ihr mehr, welche News haben euch besonders diese Woche inspiriert und den Atem geraubt sozusagen. Ich denke, viel war im Rahmen von Yuga Labs. Ansonsten war es das. Ich bin raus für heute und ich würde sagen, wir hören uns dann auf Twitch um 11 Uhr, weil da kommt nämlich die Premiere. Solltet ihr das verpasst haben, dann schaut doch gerne auch mal bei Twitch vorbei. Denn dieses Video schauen wir uns mit der Twitch Community immer live jeden Sonntag an von 11 bis 13 Uhr und gehen das Ganze auch nochmal durch. Solltet ihr das also verpasst haben, schaltet gerne nächste Woche ein oder im Podcast. Ansonsten wisst ihr Bescheid, ich bin raus und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All in NFT. Und da unten übers波stib, ich bin raus.